Und jetzt lass mich bitte mal die Schäden sammeln Ja klar, wenn das zurückgeschritten ist, dann kriegst du noch... Ja, ich brauch erst mal zwölf Schäden, ja? Ich brauch 14 Oh, meine sind für mich Außerdem hast du eben alle Bonus-Schilde eingesammelt und ich gar keinen bekommen Ich würd sagen, ich pack erstmal an jede der beiden Decken so ein Dingsbums Das ist was ich meine? Die, die von oben runter schießen Ja Hey, guck mal! Da hat sich noch ein Spalt geöffnet! Also ich spalte das gleiche, oder? Wo sind wir? Was sind das für Tunnel? Wir sind in den Minen der Zwerge! Wir arbeiten! Du machst jetzt den Bergbau? Mein Talent zum Orksschlachten und Zaubern ist leider im Moment nicht so gar nicht zu stark Außerdem waren die Leute nicht sehr dankbar dafür, dass ich ihnen den magischen Saft abgedreht habe Bei dem, was die erzählen, scheinen die sich zu kennen Ja klar, tun sie auch aus dem ersten Teil Achso, ja stimmt, den haben wir nie gezockt Warte mal, ich soll vielleicht auch mein... Ich kann mein Zauberbuch nicht mehr öffnen, ich bin so schlecht Jetzt hab ich total verpennt, mir noch irgendwas dazu equipen So, darf müssen die sterben, Robert Wenn ich alles verkaufe, kann ich dann nochmal neu equipen? Ähm, nein Robert, das Gute ist, die kosten nur 200 Münzen Ich weiß, sie sind übelst billig Alles gut, jetzt kann ich hier keinen Stachelpfeil weiter drauf machen Scheiß drauf Dann machst du dahinter Eisfallen, ich mach hier so ne Wand hin So ne Bogenwand Wohl Benni, wir sollten hier hinten noch schön deffen Am besten machst du hier hinten nur Eisfallen und Dingsbumsen hin Vorne fahren meine Pfeilspure sie ab Und hinten fahren wir sie dann mit normalen Pfeilenwänden Ja Drück mal Ready Warte, ich hab noch ein bisschen Geld, ich... Ja, tu die dahin, direkt zur Brücke, deine Eis- oder Stachelpfeil Also ich, ich stell' unten noch ein paar Stachelpfeil auf Achso, okay Hast du noch so viel Geld? Ja, klar Die kosten 400, oder? Ne, die kosten 300 Die können hier oben noch irgendeinen Laufstein Am besten hier noch Zeit war es aufzuschlagen! Geil! Jetzt kriegen wir den Merkwert wenigstens Bop, 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 Bop Feuer! Die kommen gar nicht aus dem Sporn raus, ey, da trappen wir die schon Ja klar, wir müssen die mal weiterlaufen, dass ich immer Geld kriege, Rot Hm, damit ich mir noch einen Falschpure bong Die kosten ja nur nur die Dinger Ach, wenn das vielleicht runtergefallen Ja, ich weiß, ich hab welche runtergebombt Der ist tot, da hinten ist, glaub ich, noch einer Geh du mal runter, bitte, mach den Ich mach ein bisschen mehr Flächenschaden, glaub ich Du bist total Du bist total Und dann, glaub ich, noch einer Bama Unglaublich oder so? Nein, der unten ist nein Wir haben die Brücke erreicht! Schick! Haha, nice. Ja, ein Push. So gut, ich mach dann jetzt den zweiten Pfeilspucker hin. In die Decke. Boah, die kommen grad nur von der... Boah, leck. Die kommen nur auf der anderen Seite. Loll, bei mir hat grad voll der Sound rumgepackt. Ey, fuck. Ich hab heute gleich ein bisschen gefailed. Wieso? Ich, ich, ich wollte... Ich wollte auch noch einen Stachfeil in den anderen Platz ziehen, aber dann... ...warte einfach zu feinen ist. Ich möchte gleich, ich möchte gleich nach dem nächsten... ...Wenn ich nochmal machen. In dieser Welle kommt doch schon ein Airtimentar, oder? Nein, erst in der nächsten. Also in der Map, meine ich. Ja, in der Map. Ah, cool, leck. Können eigentlich nur zweimal der Junge zusammenspielen? Ich glaub nicht, aber... ...so ist doch besser, oder? Hm. Boah, ne, hier hinten stricken... ...finger Stachelpfeil. Und am besten noch hier Stachelpfeil, die zum Mundfresser zeigen. Hier nochmal. Jawoll! Ja! Gut, ich hab ihn gekillt. Ja toll, 10, 9, 8. Ich platz hier ne neue Pfeilfallen und diesmal da drüben wieder. Jetzt kommen die von beiden, oder? Ja, klar. Ja. Okay, und dann packe ich jetzt das nächste Mal hier an die Wand, durch das Ding. Wie läuft der Sound grad immer wieder rum? Also, warte, ich muss noch mal kurz hier unten, wenn wir die Pfeil aufstellen. Sa, 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 alle weggetrappt. Bis auf den da. Fuhr... Warte, ich komme. Passt schon, Benni. Grad geht's noch. Platzier deine Pfeil. Naja, ich kann's halt dann verkaufen, weil ich wieder fake einfach raus habe, aber... Das ist gut, dass hier geht's. Komm, wir haben schon das gleiche Geld mit mir verkauft. Kann man? Nice. Klar. Für genau das gleiche Geld. Du machst keinen Minus, das ist nicht so. Ich hab die Outform an Schäde gedrückt, bisschen. Ich hab tatsächlich, Robert, halt drüben auf den... Ach, da. Ich glaube, der ist hier hinten, oder? Jo, hier kommen gerade welche durch. Ja, kommen viele durch. Nur mich drum. Du weißt, wir verteidigen jetzt einfach so. Feier. Eins, zwei, fünf... Zehn. Eins, zwei, fünf, zehn. Mist, schon wieder verzählt. Diese Sprache sind so geil, ich liebe die. Oder ich sag das hier, was deine Bitch sagt, nur in Toto auch gesenkt worden. Ja. So schwere Okkiger... Na klar, du tötest die, die ich war. Warte ab. Was mach ich? Du tötest die, die ich. Du meinst klar. Warte ab. Ich fokuss einmal auf... mal irgendwen. Dann, okay. So, dann würde ich sagen, ich baue jetzt erstmal hier... jedes Mal eine Pfeilwand hin. frisch poliert und angestellt. Oh ja, Magic. Gibt's irgendwas, was ich verkaufen könnte? Kann ich eigentlich deine Pfeil verkaufen? Ne. Wird's doch zu episch. Wir spam da hinten alles schön zu. Hm, ne, ich kann niemanden irgendwie Geld geben. Ja, dann spamm ich hier einen Nice-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass-Mass. Boah. Ist das Geräusch auch schön nervig? Was? Ich hab hier grad die ganze Zeit dieses... Minenumdrehting gespammt. Ah. Ich bin ready. Ja, ich auch. Da muss ich halt nur noch zwei Plätze gehen. Oh ja, das kommt ein Problem. Zack, 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 zack. Alles haut drauf. Ich will nicht diese Keulen haben, die hinten her schwingen. Wurf, der Map wären die Scheiße, wenn die die ganze Zeit da runterschüppst. Ja, und ich werde jetzt nicht mehr Kohlen machen. Also ich, also ich glaube, ich gebe hier gleich alle Menschen hier zurück, ja. Hm. Na, wenn ich jetzt neben der V7 bekomme, also wieder zwei Bonus-Schädel, dann reicht das auch. Weil dann... dann kann ich mir meine eine Falle. Ich glaube, da braucht ja eh, dass man das was ich so koffen will. Aber wir haben bisher noch gar keinen Schädel gefunden. Ja, die kommen erst so... Eigentlich müssen die jetzt kommen, die Revelle. Eigentlich hast du mal Erd und Revelle mit Haucher. Ich hab ihn abgeknallt mit meiner... ...Kuh, würde ich grad sagen, nein. Einfach um ihn rechts gegrenzt zu werden. Dann kann ich da nicht so... Gut drauf, Benni, wir schaffen das. Wir werden überrannt. Ich hab jetzt kurz da hinten noch eine Falle hingesetzt, Benni. Einfach an die Wand stellen. König der... König... Der Orcs hab ich grad freigeschalten. Ich auch. Boah, ich kann nicht schießen. Schieß... Hau war das drauf, was du hast. Verdammt doch noch ein Elementar. Kannst du die irgendwie zurückwerfen oder geil machen irgendwas? Kannst du die irgendwie zurückwerfen oder geil machen irgendwas? Hab ich schon... Gibt's hier irgendeinen Schädel? Warte mal, ich glaub ich hab grad einen Schädel gesehen. Oh, hier hat grad einen Schädel? Ne, sahen nur so aus. Schade. So, ich hab da jetzt noch eine Falle. Ich... Das ist ja nicht wie ein Dungeon Defenders. Nö. Wir sind schon lange verloren. Ah, okay. Vielleicht sonst würden wir gar keinen Fallen mehr bauen können. Benni, ist ein Orkrieger neben dir. Ich hab ja so einen Ad... Also, das war geil geworden. Aber wir haben bisher noch kein Leben verloren vom Spawn. Ah, da steht ne Rot. Ich seh ihn. Cool, danke. Danke. Und ich noch ein Seel-Gäbchen hier. Ah, der auch. Ich schieß grad auf den, den geil gemacht hast. Dann... Vielleicht bin ich nur ne... Äh, Pfeilwand verziehen. Geil. Wieso gleich nur ne Pfeilwand? Gleich ist das Spiel vorbei. Also die, äh... Rapp. Schöne! 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 Ich baue trotzdem neue Pfeilwände. Wenn wir kein Leben verdienen, kriegen wir mehr Dingsmose. Und mit mehr Pfeilwänden generell. Garantiere ich das. Ja, ich hab... Ich hab... Ich hab... Beste mir im Wetter habe... Und die Roter schon... Ah, schlussendies, dass Leute eine andere Gehlegesunde haben! Ich glaube, man aktiviert er... Tag, der Felt in Felsmose. Ach, stimmt. Ja, das hab ich mein letztes Mal aktiviert hier. Bis Langeweile. Ich will das kill machen. BAM, das kill. Leeg. Ja, ich hab Standbill. Ich kann auch. Ich kann auch. Ja. Du bist auch manchmal zu robot. Oh, nur 4 Schädel bekommen von 5. Warum? 5 Bonus-Schädel. What the fuck? Du, weißt du immer Bonus-Schädel? Ich hab glaube genauso viel, weil ich hab auch noch einen Schädel eingesammelt. So, gut, jetzt hab ich 16 Schädel. Ich hab jetzt 16 Schädel, Danny. Ich hab 7 Bonus-Schädel, Alter. Ich hab grad mal 5. Ich hab mal 13 Schädel, ey, wenn ich das zurücksetze. So, dann kaufe ich jetzt, warte, ja, die Schwungkeule, ja. Aber jetzt kriegst du nur noch Erfolg dafür, dass die Schädel zurücksetzt. Ja, genau. Und jetzt hab ich das Geld zum Fenster rauswerfen bekommen. Wirklich? Boah, die kennen mich echt gut. Ja. Warte mal, werde ich ab sofort Feilsprung... Feilsprunger brauche ich denn eigentlich? Man, ich will noch irgendwas für die Wand vielleicht. Netzflechter, oder? Ne, ist doof. Wo ich glaub, weißt du, was ich mir dann noch kaufen werde? Meine vier... Ich werd mir dann noch einen Paladin-Mächter und einen Bogenschütze kaufen. Also, ich... Oder, ne, Spornpilz und Paladin-Mächter. Also, ich... Das ist meine Glück. Ich werd mir die Bodenflammer kaufen und... Dann noch... Keine Ahnung. Ja, genau. Bodenflammer, der ist richtig geil. Und noch Schwefel. Ja, die Schwefel... Ja, stimmt, ja, genau. Ja, genau. Einmal zum Stun am Anfang und dann kannst du dir hinten die ganzen Feuer fallen bauen. So, nice. Bist du fertig? Alter, ich muss doch... Wow. WTF? Ich würd sagen, wir spielen noch eine Map und dann beenden wir erstmal die Session.